Die Bayerische Kurzurmaus ist ein Säugetier aus der Unterfamilie der Wühlmäuse. Die erst 1962 beschriebene Art ist ein Ende mit der nördlichen Kalkalpen und kommt heute nur noch in den Brandenberger Alpen in Tirol vor. Kennzeichen Die Bayerische Kurzurmaus ist etwas größer als die ähnliche Kurzurmaus. Die Kopfrumpflänge beträgt 88 bis 106 mm, die Schwanzlänge 32 bis 44 mm, die Länge des Hinterfußes 15 bis 17 mm und die Ohrlänge 7 bis 12 mm. Die Tiere wiegen 18 bis 28 Gramm. Das Fell ist gelblich-braun, die Fußrücken sind weißlich behaart. Die Ohren sind fast völlig im Fell verborgen. Das Schädeldach ist leicht gewölbt und die Gehörkapseln sind relativ groß. Die Bayerische Kurzurmaus ist von den extrem ähnlichen und nahe verwandten beiden Arten Alpen-Kleinwühlmaus und Illyrische Kurzurmaus nur molekulagenetisch oder durch die vergleichende Analyse mehrerer Zahn- und Schädelmaße unterscheidbar. Verbreitung und Lebensraum Die Art ist ein Ende mit der nördlichen Kalkalpen und dort nur von zwei Fundorten bekannt. Der eine befindet sich in Bayern in der Nähe von Garmisch-Patenkirchen, der zweite im Rufan, einem Teil der Brandenbergerer Alpen im Norden von Tirol. Der Lebensraum bei Garmisch-Patenkirchen bestand aus mäßig feuchten Wiesenhängen in der Nähe eines Baches in etwa 730 Meter Höhe. In Tirol bewohnen die Tiere einen sehr offenen und bis 2005 als Waldweide genutzten Mischwald, der von Fichten dominiert ist. Dieser Standort befindet sich in 730 bis 1100 Meter Höhe und weist ebenfalls zahlreiche Bäche auf. Lebensweise Die Tiere leben in unterirdischen, flach unter der Bodenoberfläche verlaufenden Gängen, das beim Graben der Gänge anfallende Erdreich wird zu kleinen Erdtaufen aufgeworfen. Die Art ist tag- und nachtaktiv. Die Nahrung dürfte aus unterirdischen Pflanzenteilen, gelegentlich auch aus Gräsern und Kräutern bestehen. Bestand und Gefährdung Die bayerische Kurzurmaus wurde erst 1962 bei Garmisch-Patenkirchen entdeckt. Damals wurden mit Mausefallen 23 Tiere gefangen und anhand morphologischer Merkmale als neue Art bestimmt. Danach konnte die Art dort nicht mehr nachgewiesen werden und galt als verschollen. Das Vorkommen in Tirol wurde 1976 und 1977 entdeckt. Aber erst im Jahr 2000 durch genetische und kariologische Untersuchungen als zu dieser Art gehörend identifiziert. Der Fundort bei Garmisch-Patenkirchen wurde durch den Bau eines Krankenhauses zerstört. Auch in Tirol steht das letzte bekannte Vorkommen bisher nicht unter ausreichendem Schutz. Dort ist die Waldweide 2005 aufgegeben worden. Große Teile des von der Art bewohnten Waldes sind seitdem gerodet und in umzäunte Rinderweiden umgewandelt worden. Für den übrigen Wald wird nach der Einstellung der Waldweide eine starke Verdichtung der bodennahen Vegetation sowie eine verstärkte forstliche Nutzung befürchtet. 2009 startete ein Forschungsprojekt, in dessen Rahmen die Verbreitung, die ökologischen Ansprüche und die Populationsgröße der Art erforscht werden sollen und an dessen Ende ein Managementplan für die Waldweiden stehen soll. Trotz intensiver Nachsuche konnten weder in Deutschland noch in Österreich in der Umgebung der bekannten Fundorte weitere Vorkommen festgestellt werden. In Deutschland wird die Art in der Roten Liste als ausgestorben geführt. Die UCM stuft die Art aufgrund des sehr kleinen bekannten Areals und der dortigen anhaltenden Habitat Zerstörung als vom Aussterben bedroht ein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020